Herzlich willkommen hier zur anschließenden Pressekonferenz hier im Medienclub. Ganz herzlich begrüßen möchte die Fans im Umlauf, in der Halle und natürlich auch hier unsere Besucher im Medienclub. Recht herzlich begrüßen möchte ich Manuel Laporte, den Trainer der Hamburg Friesers, und natürlich auch Riccardo und unserem Trainer der Kette Figuine. Wie immer mit das Statement mit Gast zuerst, Herr Laporte, das Statement. Danke. Wir sind sehr glücklich mit den drei Punkten. In diesem Moment haben wir viele Auswahlspiele und jeden Punkt ist sehr wichtig für uns. Heute Abend denke ich, unsere Mannschaft hat vielleicht die beste erste Drittel gespielt für Disziplin. Ich denke, dass Crefell gut gearbeitet hat, aber unsere erste Drittel war sehr gut. Und in diesem Moment, wir haben die Leicke Hamburg Friesers. Ein Mann als Zorro. Wir hatten viele Evalets Spieler. Und dann Rundi Spieler als Zorro kamen. Und dann haben wir in Berlin, 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 in Berlin. Well, again, you can't give up a goal or be in the game at home like that. We need to be better at home. The first goal, we lose two battles in the offensive zone. That cannot happen. And then those two people beat our guys up nice on the first goal. We get two goals up the middle, which we always talk to our defense about. Having a middle D all the time. And we get two goals against this up the middle. And then we lose a net front battle, which equates to the four goals. Which, again, is just presence of mind and a little bit of thinking and looking around sometimes when you get beat in battle. And the guys certainly don't want to lose, but, again, you've got to be better at home. You've got to be better at home. And they know that, and I know that. And we're playing a solid game in Mannheim. We come home, and we apply some pressure. And when we get down, it just gets harder to come back all the time. But we should believe that we should be able to come back at home. No matter if you're down 1-0 or 2-0. We should have the firepower to get back. And I believe that we do have the firepower in our number one line. And then the auger line played pretty good tonight. The car line scored two goals for us. So, I mean, those are positives out of the game. The new guy played pretty well for a bar. He played a good game for his first game. So, I give those guys credit. But we need to, you can't drop games and fall back in the standings. Three points. We go by too quick. We need to be back. Dankeschön, Rick Adorno. Wir bedanken uns heute bei 3.625 Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Am Sonntag um 16.30 Uhr. Wir gehen in Hamburg in Augsburg, der Pantheim. Einen schönen Abend noch. Kommt ihr gut nach Hause. Tschüss.